Hallo Ghosts, ich bin Terk, Delta Company Mission Intel. Mit dem Update 3.0.3 sind ja die neuen Schwierigkeitsgrade für den Raid rausgekommen und ich habe mir die Goof Troop geschnappt und wir haben uns mal die niedrige Bedrohung angeguckt, also den leichten Schwierigkeitsgrad. Und ich muss sagen, auf früher reinzukommen ist es vielleicht ganz nett, um Loot abzustauben eher weniger, aber da komme ich jetzt gleich im Detail dazu. In eurer Einsatzzielübersicht habt ihr drüben jetzt beim Raid zwei neue Reiter und da ist einmal das niedrige und einmal der kritische dazu gekommen. Und wenn ihr in den Raid gehen wollt, könnt ihr darüber direkt per Schnellreise hingehen oder ihr nehmt das Biwak und teleportiert euch dann da direkt hin und fahrt dann bis zum Eingang und habt da dann die Möglichkeit das Ganze einzustellen. Wenn ihr direkt am Raid Eingang die Schwierigkeit auswählen müsst, müsst ihr eine Sache beachten, weil der Raid wird primär in der normalen Schwierigkeit angegeben. Deswegen müsst ihr rechts unten auf dieses kleine Zahnrad tippen und müsst da dann nochmal niedrige Bedrohung oder kritische Bedrohung auswählen, was ihr halt möchtet. Das Ganze nochmal bestätigen und dann könnt ihr starten. Der Raid läuft wie gewohnt ab. Wir müssen gewisse Vormissionen machen, bis wir letztendlich zum jeweiligen Boss kommen im jeweiligen Sektor. Die Änderung gegenüber dem normalen Raid ist, wir sehen die Gegner auf der Karte, ob das jetzt per Schleier ist oder per rote Markierung, so wie wir es aus der Open World heraus kennen. Hier muss ich jetzt auch eine kleine Korrektur einsetzen, weil ich war eigentlich der Meinung, dass man vielleicht dann doch bis zu einem 300er Loot kommt, weil das in den Patch Notes nicht so 100% genau erklärt war, beziehungsweise für mich jetzt jedenfalls nicht so transparent. Das ist hier leider nicht der Fall. Wir können nur maximal 250er Gearscore Sachen bekommen, aber in den Boss-Drops sind die jeweiligen Spezialwaffen dann trotzdem vorhanden. Das war eine Vermutung, die ich jetzt einfach auch mal an den Tag gelegt habe, weil ich mir nicht genau sicher war. Was wegfällt, sind die einzigartigen Kisten, wo man unter anderem auch Baupläne und halt auch spezielle Waffen rausziehen konnte. Die fallen in der niedrigen Bedrohung komplett weg. Bleiben wir doch mal kurz bei den Bossen, weil die sind wesentlich einfacher auf der niedrigen Bedrohung, und zwar weil die zweite Phase komplett wegfällt und einige Mechaniken ausgeklammert sind. Ja, es gibt halt nicht die 100%ige Raid-Erfahrung, aber für jemanden, der noch nie zuvor an Raid gelaufen ist oder vielleicht mit einer Random-Gruppe mal so ein bisschen reinschnubbeln will, für den ist das genau das Richtige. Wer natürlich die größeren Ansprüche sucht, der muss natürlich den normalen Raid spielen, beziehungsweise wer halt auch die 300er Gearscore erreichen möchte. Aber um reinzuschnubbeln, ist das vollkommen in Ordnung und mit einer Random-Gruppe bestimmt auch empfehlenswert. Hier im Hintergrund läuft gerade der Scale-Quanten-Supercomputer, und den haben wir in der ersten Rotation, glaube ich, schon durchbekommen. Da sind nicht mal die Superdrohnen gekommen oder sonst irgendwas. Wirklich sehr, sehr einfach und hat mich so ein bisschen daran erinnert, als er damals verbuggt war und man mit dem LMG den in ungefähr der gleichen Zeit runterschießen konnte. Kommen wir mal zu so einem kleinen Fazit, nenne ich es mal. Wir haben den Raid in knapp zwei Stunden durchgehabt und wir haben uns wirklich Zeit gelassen. Wir haben wahnsinnig viel Spaß dabei gehabt, wir mussten uns nicht großartig unter Druck setzen, ging einfach alles total leicht von der Hand und hatten einfach einen spaßigen Abend. Wie gesagt, man kann da nicht unbedingt große Berge versetzen oder im Spiel weiter vorankommen, aber wenn man einfach mal einen lustigen, entspannten Abend haben möchte mit seinen Freunden zusammen, dann haut einfach niedrige Bedrohungen rein, tümpelt ein bisschen über Golem Island, klatscht die Bosse innerhalb von wenigen Sekunden um und habt einfach riesig viel Spaß dabei. Das war's von meiner Seite, ich wünsche euch noch viel Spaß in Ghost Recon Breakpoint und melde mich ab.